Und das ist soweit. Der Virus, als Orlo zu Tokio kam, verzweigt die erste Karriere direkt nach Wuhan, und die zweite Karriere direkt nach dem Olympischen Spieler verrückt sind. Zaufall. Alles Zaufall. Und wenn ich mir gedacht habe, okay, dann muss ich noch etwas kleines darüber machen. Ganz am Anfang, als ich auf Tokio gekommen bin, habe ich gemerkt, dass Kinder etwas öffentlich machen müssen. Aber entlang ist es nicht mehr so, dass es das Internet groß genug ist. Das Format eines Podcasts hat definitiv seinen Platz. Und es ist wesentlich rigide und langweilig, weil ich einen Text viel lesen muss. Die grabvolle Leute, die mich kennen und wissen, dass ich vielleicht etwas für den öffentlich-rechtlichen Radio zu Lützebüch gemacht habe. Die muss ich leider enttäuschen. Das hier ist rau. Und das nicht super recherchiert, außer dass ich hier auf Platz bin. Und dass ich hier lebe und einfach ein bisschen mitkriege, was Läser ist. Das hier ist ein kleines Foto, die ich heute mit dir gemacht habe. Das ist nämlich die Zeit von den Küche zu bleiben. Und das ist eine ganz spezielle Zeit. Da geht ihr nämlich blämischer gucken. Hier nennen sie das Hanami. Das ist einfach der Kanji von der Blüm und der Kanji vom Gucken. Und das gibt dann Hanna, Blüm, Mi, Gucken, Gesinn, Hanami. Und am Moment sind Leute hier ganz relaxed drauf. Und das ist auch ein bisschen die Idee von dem Podcast hier, für ein bisschen mal zu erzählen, wie jetzt hier auf der Platz ausgesagt. Das hier ist die Introduktion, wenn ich so will. Das ist der Episode Null. Der andere große Viertel, den ich schon, wenn ich da einfach mal so ein Netz setze, ohne viel Revision, ohne viel irgendwie editieren, dass ich dort auf Englisch kann machen. Und ich werde definitiv immer eine kleine Introduktion gehen auf Litzebäuisch. Weil dort Spaß macht. Und weil es ein Gespräch ist, die ich nicht viel hier spreche. Und ich kann auch mal sprechen, wann überhaupt. Ein bisschen über Telefon. Und da wäre das schon. Die Letzebäuer-Communität in Japan ist ganz, ganz klein. Die kann ich noch auf eine Hand aufzählen. Und die sind alle eh super beschäftigt. Und so dass ich ganz fix dann nur eine Mini-Introduktion, was ich wichtig fanden für den Moment. Dann rüber gehen auf Englisch, wo ich dann einfach auf Englisch weitererzähle. Und dann eventuell verschiedene Gedanken gehen. Verdeven, weil Englisch sich dafür besser bitt. Und vor allem, weil ich dann nicht muss überleeren, wenn ich so zu viele Französisch wird benutzt. Oder zu viele Deutsch wird. Wählen Sie, wo ich also wirklich. Da sage ich mir, okay, nee, fuck it. Dann machen wir ganz einfach auf Englisch. Den anderen Viertel der Natur, dass ich Gedankepause kann machen. Aber Gedankepause wird express machen, ohne immer ein Kopf zu zerbrechen. Weil einst du muss ihn einfach überleeren. Wenn ein Gedankepausen um Radio mischt, zum Beispiel, dann gehen allmählich rot luten nun, weil ein dann ein Blanc auf der Antenne hört. Und dann ist Panik aufgesucht. Was verständlich ist. Aber auf dem Weg von diesem Medium ist das alles relativ egal. Weil erstens, geseit ihr mich. Und zweitens, wann ihr mich nicht geseit. Weil die Idee so ein bisschen, dass es wirklich als Podcast benutzt kann. Ich kann ihn auch nicht da sehen. Großartig muss gucken. Ja, da wir sehen, dass vielleicht etwas mehr könnt. Auf alle Fall, Episode 0, kurz Introduktion. Und dann Episode 1 wird dann den Überblick sehen, wie es dann nur für ein 2D ausgesehen wird. Wo ich durch die Strasse, durch die Gesselsche gegangen sind, hier in meinem Kartier. Wo erstaunlich viele Leute in der Welt waren. Und so sind erstaunlich viele Leute dauernd in der Welt in der ganzen Krise, sogar während dem Heispunkt von der Krise. Aber das könnt ihr wohl an der Episode enden. Merci.